ja krass das daten neuen sound neues logo mal gucken ob da jetzt noch mehr gibt das design ist doch von früher die tischung mal cool aus stellungen hier ist nix 30 geburtstag playstation erscheinung für begrenzte zeit kannst du teile der ps 15 in dem blog einer früheren playstation generation zurückversetzen wähle das design aus dass sie am besten gefällt es wird denn auf deine startseite und andere bereiche angewendet man kann man kann die designs ja auswählen playstation playstation 2 445 geburt nix war gut 5 ist ja da aber man kann ja komplett neues design auswählen ist ja schon mal wieder schön der 30 jährige jubiläum lassen wir mal ja das sieht doch schön aus leicht dunkel gehalten mir gefällt mir gefällt euch schreibt es doch mal in den kommentaren